aber ja genug davon zurück zu Skürüm bin unzufrieden damit wie es gerade gelaufen ist aber es ist auch ehrlichen Fokus ding gewesen hey du bist endlich erwartet we should keep moving come here let me see if I can there you go take a look around there should be plenty of falsch power das ist ja das praktische es sind prinzipiell alle Knöpfe in Skyrim auf die Anfangsbuchstaben gelegt also I mit I kommst du direkt ins Inventar mit M zur Karte also Map und so weiter E zu Powers also alles was Magie ist Entschuldigung ich bin mein Hochälfte hier kurz durch muss ich habe nichts mit euren politischen Streitereien zu tun im Gegenteil sie belästigen mich generell dementsprechend habe ich kein Interesse einer ihrer Seiten beizutreten auch wenn im Verlauf beide eure Anführer mir damit penetrant auf den Sack gehen werden den Dialogen die wir überspringen sagen uns nämlich beide wir sollen doch bestenfalls ihrer Armee beitreten Tudelius und Ulfric die 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 Geht halt nicht, weil du schon der Tod-Bongo-Garnison angehörst. Ja. Schwierig. Eindeutiger Interessenskonflikt. Das stimmt wohl. Es schreit halt Ulfric und Pagruf und Alduin mit einem Schrei in Stücke. Das stimmt. Alter, imagine Franka hat zu ihrer an sich sowieso schon... Oh, geh mir nicht auf den Sack! Alter, Zufallsbegegnung. Das ist das zweite Mal, dass ich an dieser Stelle innerhalb von zwei Tagen eine Zufallsbegegnung bekomme. Wie eine Atomexplosion, dann gibt es Lasagne. Ja, gestern haben wir ja tatsächlich Black Beauty mal hingebracht zum Schlachter. Habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt vom Pferd. Oh, no! Ich hasse Killcams. Ja, wenn ich das mit den Flammen mache, muss ich halt rechtzeitig aufhören, damit wirklich der Damage over Time das Viech killt und nicht die direkte Flamme. So, jetzt ist die Wache auch noch am anderen Ende. So, Hauptsache die Gefährten schnacken uns nicht wieder an. Das ist ja auch gestern noch passiert. Das war super. So. Ich glaube, wir sollten das Pferd Reinhold Messner nennen oder so. Und Zucura. Ne, Zucora. Hallöchen. Willkommen zu Skürüm Speedruns. Das muss genauso ausgesprochen werden. Mr. Korsch löst verkehrte Welt ein. Das glaubst auch nur du. Ich weiß genau, worauf du anspielst. Abgesehen davon, dass es nicht wirklich funktioniert, weil ich nicht mit Gamepad spiele. Ja, Zucora, wie geht's? Bist du bereit für den Wahnsinn, den du hier erleben wirst? Ich glaube ja nicht, aber jeder, wie er mag. Dreh halt den Monitor um. Aha. Das ist inzwischen ja alles fest montiert. Das ist nicht so leicht. Da waren sie mir nicht immer bereit, auch wenn ich immer noch Kopfschmerzen hab. Die werden hier nicht unbedingt besser. Aber vielleicht lustiger. Ah, wobei. Ich bin Norddeutscher, ich hab keinen Humor. Generell keine Emotionen. Sie werden eh nicht besser. Oh no. Das ist nicht cool. Das war einmal der ganz große Weg nach unten. Ich komm auch aus Norddeutschland. Das ist jetzt die ganz große Frage, ob du aus dem echten Norden kommst. Oder nur so tust als ob. Da sind wir hier oben ganz empfindlich, weißt du? Also du bist trotzdem willkommen, aber... Vorsicht, Vorsicht. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh boy. Haben wir es jetzt? Danke. Echte Norden, geh mir weg mit Niedersachsen und so. Die gehören nicht dazu. Sehr schön. Dann bist du umso willkommener. Ist jemand da? Over here! So. Reinhold Messner ist jetzt, äh, Mittagessen für die Banditen. Oder so. Ich, ich hab das jetzt entschlossen. Unser Pferd heißt Reinhold Messner. So, schade, dass er nicht stirbt. Er ist ja ansonsten derjenige, der uns, äh, zeigt, dass es Fallen gibt in diesem Spiel. Die uns töten können, oder eben auch nicht. Äh. Danke. Wo ist eigentlich Onmond? Der verrottet irgendwo in der Hölle. Der darf nicht mitspielen. Meine Mama hat gesagt, ich muss ihn auch nicht mitspielen lassen. Ich muss ihn auch nicht mitspielen lassen. warte, 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 warte. Warum krieg ich diesen Weight nicht? Ist frech. Da, okay. ich muss mal herausfinden was so guck mal ich hier kriegen wir den weight das ist gut ich dachte ich rusche durch manche orte ja wir haben doch keine zeit es ist doch schon spät guck auf die uhr wir müssen alle irgendwann ins bett wir haben hier gar keine gar keine zeit alter korrisch großartiger gag du hast wolltest du nicht ein raid nach einem raid bin ich immer kacke spät so alt sind wir nicht ich muss morgen wieder ins labor ins labor das klingt interessant studierst du oder arbeitest du irgendwo im labor studio wasser na schau jetzt ist die frage biologisches oder chemisches labor oder noch was anderes okay zweihänder das ist gut also wenn du es erzählen magst ansonsten kannst du ja auch inkognito bleiben biologisches labor und chemisch-biologisches studium okay das ist interesting weil ich tatsächlich auch ein biologisches studium absolviere oder halbwegs absolviert habe in gewisser weise bin ich durch mit der ganzen geschichte absolut total angst in seinem labor voller krankheiten zu stehen aber das ist ja nicht das was wir machen also das gibt es auch ja aber ich wüsste nicht jetzt habe ich hier kurz die konzentration verloren wir haben doch nur ecoli gezüchtet mit antibiotika resistenz ja aber ecoli ist ja nicht gleich ecoli aber ja die antibiotika resistenz das ist ja der grund weshalb die labore denn sicherheitsstufe haben und du zusehen sollst dass du nicht unbedingt mit antibiotika resistente resistenz gezüchtete kackviecher nach draußen trägst wir haben die laschen die überleben eh nix wir haben die laschen die überleben eh nix nein also da mache ich mir eher äh sorgen um um die ganzen chemikalien im labor yes okay an jesus ist heute offensichtlich mit uns zwei handwaffe und der drache landet jesus ist für alle Du brauchst eine Reise? Wo willst du gehen? Klipp und zurück, und wir sind weg. Hast du nie nach Marcarthorne gesehen? Sonst schiebst du die ganzen Leben in den Ecoli und in den Abfluss. Die Stadt Marcarthorne, du willst gehen? Klipp und zurück! Der schönste Tag im Labor war einer, wo wir mit nichts Lebendigem gearbeitet haben, sondern eben nur mit Giftstoffen und sowas. Und deshalb solltest du dir die Hände waschen. Aber viele dachten, ja okay, statt Händewaschen kann ich mir auch einfach die Hände desinfizieren. Was intelligent ist, wenn du mit Giftstoffen gearbeitet hast und nicht mit lebenden Organismen, dann bringt das Desinfizieren sehr viel. Was soll man von Leuten erwarten, die... Ich glaub, war fünftes, sechstes Bachelorsemester. Bachelorsemester. Wir haben auch schon mit krebserregenden Sachen gearbeitet. Ja, aber das ist ja normal. Das ist ja sehr viel Zeug krebserregend. Ich bin... Ich bin... Jetzt, sag mir, Dragon. Wir sind... Wir werden unser Bestes tun. Das ist für dich, zu diskutieren. Du hast es gezeigt. Aber... Wenn du kaltest, du sprichst. Dein Training geht... Master... Sky... Wind... 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 Ich lege mich zur Wartung nach dem... Studium um 10 Jahre gesunken. Ich glaub auch. Das könnte passieren. Ich will ganz viel Zeug nicht an den Händen haben. Ich auch! Immer Handschuhe, immer Schutzbrille, immer Kittel. Keine Diskussion. Manche Lebensmittel sind auch krebserregend. Ja. Das ist wahr. Gibt da aber ja auch so ein bisschen Abstufung. Impressiv? Wir werden deinen nächsten Kittel in... Master Body will teach you Wool, which means... Well, Wool. Corona. Den muss ich noch auf den Favorit legen. Ausnahmsweise nicht. Ja. Ja, dann soll er das mal machen. Schnack. Milch. Nicht voll. Ich weiß nicht, warum er hier generell irgendwie... Was jetzt wohin läuft. Na gut, ich würde behaupten, eine Minute sieben ist schon mal eine ganz gute Quote. Zweiter Run halt. Zweiter Run halt. Aber wir wissen, wir reden nicht darüber. Wie der Run läuft. Wir reden lieber darüber, dass wir jetzt gleich das Bloodforming bitte hinbekommen. Nein. So... Vielleicht hätte ich in meiner letzten Gehaltsverhandlung auch rumrempeln sollen. Vielleicht wäre die dann besser gelaufen. Schneller wäre sie gegangen. Das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Aber du hättest am Ende vor allem angeben können, dass die Gehaltsverhandlung die schnellste war, die welche gesehen hat. Ich meine, wenn das nichts ist. Und ich meine, je nachdem, wie man zu seinen Vorgesetzten steht. Kann es auch eine gute Sache sein, wenn man sich nicht lange mit denen abgeben muss. Was ist das? Ich dachte, ich habe etwas gehört. Ich dachte, ich habe etwas gehört. Gehe! Ach so. Let's go. Gehe! Ja, es ist schon ein ganz netter Trick mit dem Rempeln. Und die hat dann tatsächlich eine enthändete Spielmechanik. Krass, hab noch nie gesehen, wie es wer so auf Anhieb schafft. Aber ich habe die letzten Tage damit sehr gestruggelt. Aber heute lief es mal halbwegs. Vor dem Speedrun kannte ich das tatsächlich auch noch gar nicht. Rempeln ist das Highlight des Runs. Will ich doch mal meinen. Oh, dieser scheiß Nicomand und sein behinderter Schild, ey. Entschuldigt bitte. Kannte das schon, aber konnte es nicht. Es ist ja auch tricky, weil da ja die unsichtbare Wand ist, aber eben nur auf der Kopfseite. Ich bin nicht links davon. Sobald ist das, dass der Oh Mann, dieser dumme Trick. So spart er natürlich auch nicht wirklich nennenswert Zeit. Leck mich. Wir machen es normal. Ohne Quicksaving wäre dieser Run kaum möglich. Du hast halt das Problem beim Diebstahl. Bei Septimus. Kommst du halt ohne Quicksave funktioniert das gar nicht. Also da wäre halt jeder Run also jeder mehr als jeder zweite Run wäre einfach RIP an der Stelle. Das ist jetzt natürlich ein riesen Timeloss, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Das geht mir auf den Sack. Überall Ich meinte auch, es gibt im Rattenweg eine Möglichkeit über die Brücke zu kommen, irgendwie mit einem Eimer oder so. Ich weiß, dass es Eimer-Tricks gibt wodurch du dich out of bounds glitchen kannst. Das ist halt in Glitchless nicht erlaubt. Wenn wir aber von der gleichen Brücke reden ist der Trick ein anderer und kein Glitch. in dem Sinne wirst du es gleich sehen, auf jeden Fall. Oh, nicht der Kurier, nicht der Kurier. Aber er kommt fast immer, also was sollst du machen? Das ist ein Attic Das ist ein Attic Well, wir haben einen Attic Also ich denke wir müssen sprechen folgen mit Ich habe den Dialog verkackt. Gegen eine geschlossene Türrenne ist auch Teil des Runs, Teil der Strategie. Das war irgendwie, dass man den Sprung wirft, drauf landet, von da an wieder springt. Wie gesagt, wenn wir über die gleiche Brücke reden, ist das eine absurd komplizierte Sache für eine Geschichte, für die es eine sehr einfache Lösung gibt. Und meinst du die, die praktisch ganz am Anfang, die Brücke? Also, weil wenn ja, ist es tatsächlich absurd. Ja, die Abkürzung. Ja, ja. Die ist absurd einfach. Ich sage nur Wirbelsinn-Sprint. Ja, wie gesagt, äh, was das angeht, ist der Rattenweg einfach. Ja, das war. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist das Empire. Und jetzt die Drache. Wer hat das noch aus dem Weg gewonnen? Wenn das weite Problem ist, dass das Platz lebt, dann bin ich nicht. Dann kenn ich zurück. Bleib ein Augenblick. Erinnere dich. Wir werden sehen. Das war's. 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 So, ganz viel Wein. Das ist ein Surprise-Item, was wir an späterer Stelle brauchen. Werf morgen die Ibu ein, wenn es nicht besser wird. Was ich mal gehört habe, aber ich gebe hier keinen medizinischen Rat, ne? Also ich bin kein Arzt. Oder was? Dass man tatsächlich möglichst früh Schmerzmittel einnehmen soll. Also man soll die jetzt nicht wie Smarties futtern. Ähm, aber wenn es tatsächlich ein anhaltender Schmerz ist, damit sich der nicht weiter fest setzt. Irgendwie sowas. Und du bist? Madame Ambassador, ich bin... Was ist es, Melbourne? Es ist nur, dass wir aus der Alta-Wine ausgeliehen. Natürlich! Ja, Madame Ambassador. Mike. Was kann ich gete? Du hast es geschafft. Wir haben beide leben durch dieses De- Of course! Ich werde bei der Tür warten, um alle zu beobachten. Was ist es? Oh, allow mir zu werden, wenn du... Ah, wenn du irgendwas hast... Oh, setz dich nicht hin, du Depp! Macht er jetzt, was er soll, ja. Okay. Achtung, alle! Könnte ich deine Achtung haben, bitte? Ich habe ein Anruf zu machen. Mach die Tür auf! Oh mein Gott! Hallo, Freunde! Ich bin's, euer Rumpelstielziehen. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Du bist mir, ich bin's, ich bin's. Ich habe meine eigenen Or anyone. Ich bin's, mein' möglich. Komisch, ich bin's, wir bin's. Ich bin's, ich bin's. Aus dem Weg. Bitte sei der Richtige. Bitte sei der Richtige. Ja. Du störst mich. Okay. 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 Heute Morgen war es halt wegen der Maske und der Bahnfahrt, danach ging es ein bisschen besser. Ja, bisschen Ruhe tut gut, Zimmer gut durchlüften. So, hier Rattenweg. Einfaches Prinzip und schon vorbei. Also, da ist wirklich nichts bei. Das ist für Dummies. Man muss aufpassen, dass man nicht abrutscht, deshalb Quicksafe ich da immer. Ähm, aber prinzipiell ist das Babys erster Speedrun-Trick. Ich bin gleich wieder da. Jo, alles gut. Kümmer dich um dein Wohlergehen, das ist wichtig. Hier we go. Only a couple more. There we are. Come in, come in. So, und theoretisch weiß ich jetzt, wie man mit Essbären besser umgeht. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, er ist mitgekommen. Ich hab, glaub ich, langsam raus, warum Essbären sich manchmal kacke verhält. Ich hab, glaub ich. Ich werde versuchen. Ich werde versuchen. Oh, Mann! Nein! 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 Ich werde versuchen. Ich werde versuchen. Nein! Es ist wichtig. Ich werde nicht durch die Körisch. Nein! Nein! Mein Instinkt würde mir sagen, kontraproduktiv. Aber krass. So, Ameisenkino dachte ich am Anfang auch, aber es ist echt krass. So, also praktisch das, was du früher bei Röhrenfernsehern als weißes Rauschen hattest. Gees! For everyone! Poo! Poo! Ge- 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 Geh- 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 Ge cub Rechts Geh- sehr gut vielleicht hilft somit auch ein SNS Shuffle weil der Kopf abgelenkt wird oder was das war ein wilder Ritt gestern so jetzt kommt gleich der schlimmste ANG Teil und eben die Stelle wo ich meine da kommst du ohne Quick Save kommst du da nicht durch weil Taschendiebstahl in dem Fall irgendwie in 50% der Fälle funktioniert, das ist halt ANG außerdem dieser Sprung ist auch sehr mutig ohne Quick Save ähm genau und sonst bist du halt im Eimer so und jetzt straight ich laufe hier immer sehr merkwürdige Kurven aber an sich kann man halt wirklich hier gerade aus der Höhle entgegen mit dem Wirbelwind springt so ein bisschen die Eisschollen überwinden jetzt habe ich halt immer gesprintet während ich gewartet habe dann regeneriert man keiner Dings ich hasse es das ist richtig schlimm danke danke moin Meister alter Franker muss dich benehmen die Chefin ist da ich merke schon alter Franker Buh auch gut auch gut hier ist Alduin's Defeat also zeigt es, wie sie ihn ah Patience ja, ja das nicht nicht fantastisch gut okay okay eventuell habe ich dieses ganze Essbärenproblem äh ich will es nicht beschreien aber vielleicht habe ich es tatsächlich gelöst bekommen Cheese für alle was hat er getan was ich nicht wissen soll entschuldige bitte nur weil Khorosh sagt ich hätte irgendwas gemacht weiß das noch lange nicht dass ich wirklich was gemacht habe man kann Khorosh aber vertrauen schlag ich dir auch für eine Gehaltserhöhung vor wer bist du da jetzt ist er weg schade he's gone now und hier geht der Weltrekordfalter irgendwie auch einen anderen Weg als ich der geht bis zur Höhle tatsächlich biegt dann erst rechts ab was offensichtlich schon mal total dumm ist weil ich zwei Feinde mehr habe merkwürdig eine Weiterbildungsreise mit dem Pferd aufs Matterhorn äh das ist totale Rotze warum sollte ich hier längs gehen hier habe ich so viel mehr Feinde die ich besiegen muss ist richtig dumm und ich kann nicht nee was ist das für eine dämliche Idee hier zu warten äh hier das ist ja richtig dumm also außer wenn ich jetzt gleich trotzdem schneller bin aber das glaube ich nicht weil so viele Feinde habe ich auf der anderen Route nicht die Gehaltserhöhung gibt es nicht hier wird ja auch nichts eingenommen ja ja Franka geht es nur ums Geld man kennt das warum ich da jetzt den Wirbelwindsprint gemacht habe weiß ich auch nicht vielleicht wird ja auch in Liebe bezahlt es gibt keine Liebe hier es gibt nur Hass was das angeht kenne ich doch eine Emotion auch seitdem klingt das falsch NOSMI sehr falsch Todpongo GmbH ist aus Tränen erbaut ich glaube auch richtiger Begriff ist übrigens nicht GmbH sehr gut nein als ob ich da in das Loch gefallen bin ey oh no das war's oder das ist nein 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 ich hab's verkackt ich hab's verkackt ich hab's verkackt ich hab's absolut vergessen es ist unglaublich oh mein Gott das war richtig peinlich ich hab's verkackt Sehr gut So wollen wir das sehen Okay, das Segment kann weg Brauchen wir nicht Oh boy Oh 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 Ah Oh Nicht irgendeine Mandeltorte, sondern jene aus einem Möbelhaus. Hat dieses Möbelhaus spezielle Mandeltorte? Davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Vermutlich ist es ein Sakrileg. Du hast zwischen uns standen und sich vorbereitet. Lass es dir gut gehen und hoffentlich morgen stressfreien Tag im Labor. Ich habe mich verklickt. Hat er jetzt... ist er jetzt... Macht er jetzt? Ja. Ich bin unwohl nicht, dass es von euch nicht gehalten ist. bei mir lässt ihn valuable. Hallo! Den Drachen können wir tatsächlich auch anrempeln. Das klingt nach einem großartigen Plan. Ah, wie wär's mit ausrüsten? Ja. Ja genau, den wollte ich noch ein zweites Mal lesen, bitte. Die Salamischeibe liegt auch sogar schon im Laufe. Die Schuhe habe ich auch an. Tatsächlich sehr guter Einsatz von euch. Das muss man sagen. Währenddessen, um die volle Qualitätserfahrung hier zu bieten. Also machen wir Kills im Stream. ASMR ist auch gut gegen Hoppe. Und ich glaube, das ist der... Beste Ard von R der Welt. Hast du keine Gedanken über die Blutung des Blades? Haha, was anderes ist da? Die Beteilung unten geht weg. Wenn Aldun nicht zu unserer Herausforderung kommt, dann könnt ihr alle sein. Ihr seid nicht zu viel, Bruder. Die Glückwunsch werden wir uns. Warum hat Aldun... ...aus Hass... ...oder... ...weil es euch ein bisschen aufgeheilt. Und warum sollte er uns gefährden? Für mich. Und dann auch noch mal schön im Mikrofon rülpsen, wenn euch das gefällt. Wenn ihr... ...donaten... ...von 5 Euro... ...rülps ich euch das ABC... ...für ne Donation von 10 Euro. Rülps ich euren Namen. Veldir! Wir haben es nicht verstanden. Ich habe es nie verstanden. Und wenn ihr richtig seid... ...neut es nicht. Wir haben uns selbst mit Alduin selbst. Hier und jetzt. Wir sehen uns bald genug. Alduin kommt! Ich... ...dass du das noch nicht gemacht hast. Enttäuscht mich ein bisschen, Korrish. Was zum Fick... ...wie... ...in welche Richtung ist der Chat gerade gelaufen? Auf dieser Stream generell. Grafikkarte kannst du ja an Weihnachten klauen lassen von uns Bei der Watchparty bei Jorgo ohne Jorgo Tja, bitte Ja, Franka, wenn du die Bitte sagst, dann kriegst du das mit dem Namen Rülpsen auch für eine 5 Euro Donation Wenn das jetzt eine PB wird Wir müssen an dieser Stelle Relativ eindeutig eine Sache mal thematisieren Mein Ruf in der Speedrun Community Ist spätestens mit Goldie dem Dritten gestorben Es wird nicht in Terror sein Du fühlst mich hier für die erste Zeit Du bist frei Nein, ich mach hier immer YouTube-Uploads Weil ich in höherer Qualität aufnehme, als ich stream Der Jax-Ruf ist doch eh verloren, also egal, genau Ich meine, ich hab Freitag mit den Leuten von Slow On Slide Den Community Games Abend mitgemacht Und das große Problem an der ganzen Geschichte ist Die konnten sich alle an mich erinnern Und als Lehrer weiß ich, es gibt genau zwei Kategorien an Leuten, an die du dich erinnerst Entweder an die, die sehr positiv auffallen An die aber seltener Oder an die, die sehr negativ auffallen So, dementsprechend können wir uns alle darauf einigen Mein Ruf ist im Arsch Vielleicht werden deswegen meine Mickey Mouse Speedruns nicht akzeptiert Da musst du mir tatsächlich nochmal erzählen, was das Problem ist Dann kann ich dir da weiterhelfen Es hat funktioniert Du hast es gemacht Ja, der Weltbeater ist weg Die Spirits haben auf unseren Seelen Der Turtle können sich immer alle erinnern Ja, überleg mal warum Reppens, Dragonbane, Favorit Food, Schnaps, 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 Schnaps Und Powers Shouts, Favorit, Favorit Ausrüsten Eins, zwei, drei Simply, Leora wacht bestimmt auch jeden Morgen noch mit Magenschmerzen und Volllachen auf Das kann gut sein Bleib im Gedächtnis, weil ich so cute bin Sagt Franka Was soll das Kapper dahinter, Franka? Ich erwarte ein bisschen Positivität hier Das ist ein bisschen Positivität hier Das ist ein bisschen Positivität hier Das ist ein bisschen Positivität hier Das war sehr schlecht. Aber er sollte unten bleiben wegen seiner Gesundheit. Hä? Oh nein! Oh, ich konnte nicht schnell reisen wegen Schaden. Welter Ich bin Schaden. Lot Congra. Nee. Aldui. This should sh- Yeah. Perhaps a fine place to- Wut! Okay. Okay. Fuck. Oh, fuck. ...but I can't do it. We'll just have to... what? You want me to let the dragon... there must be another way? I'll do it. I don't. I'm sorry, but I can't. was this nonsense I want to oh do you think no I can't but getting if the graybeards were willing to host a peace council maybe old rick and tully will be oh aldwin ich muss mich gerade mal konzentrieren Das ist ein großes Problem an diesem Run. Die viel zu krasse Konzentration. Dann will man immer den Chat lesen, ob dann funktioniert das nicht. Jetzt ist aber Betty Zeit. Willst du schon gehen, Franka? Voll sad. Ich bin so dumm. Und deswegen, liebe Kinder, sollte ich nicht auf den Chat achten. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nö, aber ich kusche mich jetzt ein. Wir wissen doch beide, dass das hier Einschlaf-Content ist. Ja. Klassiker. Außerdem bin ich müde. Der Wecker klingelt um sechs Euro. Autsch. Big Uff. Uffi, 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 Uffi. Klingelt immer um sechs, wenn ich, äh, zur Uni muss. Punkt. Ja gut, wenn's, äh, wenn Uni um sechs, äh, sechs, sag ich, um acht losgeht. Ah, so, Schluck Wasser. Ich hoffe, dass sie sagen wollte. Ich bin so dumm. Ja, in der spirituellen. Franka? Positivity. Von wegen, dass du cute bist, seine Lüge. Du weißt das selber. Ursprünglich wollte ich, äh, heute auch früher ins Bett. Was mache ich? Stell mir einen Wecker, der früher klingelt, äh, damit ich mehr Zeit zum Wachwerden habe. Nice. Uni um acht, äh, plus ich bin ja auch nicht die Einzige, die morgens das Bad nutzt. Das ist in der Tat ein Problem, ja. Und ja, ich weiß, dass ich wundervoll bin, gut. Weniger wollte ich nicht hören. Ja. 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 Meine Selbstverliebtheit ist größer als Karl. Luca sagt, wir sind alle wundervoll. Finde ich auch. Weißt du, und dann, dann gucke ich, äh, auf mein Handy währenddessen, um zu gucken, wie spät es ist. Und dann steht da, Franka hat einen Beitrag von Fuck Jerry gesendet. Ja. Wollt ihr einfach hierher kommen, um Gespräche zu machen, oder können wir bis zum Geschäft kommen? Ja. Lass uns das jetzt übergehen. Ja, Luca, du bist auch cute. Und jetzt kreien wir, weil meine Jokes nicht mehr so lustig sind. Hallo, Luca, dieser Kanzel ist unprecheidend. Wir haben ihn hierher von Dragonborns-Requests. Voll der gute Beitrag. Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Ich sah nur die Nachricht, dass es von Fuck Jerry ist. Ich kann ihn mir angucken. Wir haben genug Zeit. Wir wollen Kontrolle von Markar. Das ist unser Preis, um eine Trüße zu erheben. Also, das ist, warum du hier bist, Alfrick? Oh Gott. Das ist absolut cute. Es ist ein Opi, der Police für Pinguine strickt. General, das ist schrecklich. Du kannst nicht diesen Demand ernst nehmen. Ich dachte, wir würden uns eine Trüße zu erheben. Ich frage mich nur, warum das von jemandem gepostet wird, der Fuck Jerry heißt. Ich bin sicher, Jarl Ulfrick nicht etwas für nichts erwartet. Ja, das wäre komplett aus Charakter. Warte, General, du willst nicht nur Guter Beitrag sponsert bei Marty. Guter Mann. Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es nochmal. Das Beitrag zu nennen, ist eigentlich total unkreativ. Wie sollte man es denn nennen? Es ist ein Beitrag. Ein Post. Ja, ich bin voll unfair. Ja, richtig fies. Hücplarus könnte man es statt Beitrag nennen. Wäre das weniger langweilig. Es ist wie Pipi Langstrumpf. Ein Lieblingsbeispiel für Sprachwissenschaftler. Die sich hinstellt und sagt, ich habe ein neues Wort gefunden. Punk. Und dann fragen Tommy und Annika, was ein Spunk ist. Und Pipi sagt, sie weiß nicht, was ein Spunk ist. Sie kennt nur das Wort. Das hat sie jetzt erfunden. Jetzt muss sie rausfinden, was ein Spunk ist. Eigentlich müsstest du halt Tetris oder so während dem Theologen spielen. So ein extra Bildschirm. Aber Raustabben ist schwierig. Einfach eigene Würder finden. Es ist ein Beitrag, aber ein Real ist auch kein Beitrag, obwohl es ein Beitrag ist. Würde ich auch Beitrag nennen. Es ist halt ein spezieller Beitrag, den man Real nennt. Ich hasse diese Szene, ne? Schnaach. 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 Aber wir bräuchten wirklich irgendeine Beschäftigung für diese Zeit. Das ist uns sehr langweilig. Wir könnten die Steine an der Wand zählen. Oder so. Die Löcher in den Bannern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Es sind die gleichen Löcher, nein. Doch, gespiegelt, guck mal. Ja, das sind die beiden Banner, sind die gleichen Löcher nur gespiegelt. Und hier sind es einfach eins zu eins die gleichen. Ich sehe halt hier Platz für eine symbolisierte Konferenz gegen die Bedrohung gegen den Imperator Goldfisch. Der dritte. Zehn Euro für den Bannergrafiker, ja. Ich finde geil, dass sie... Die beiden sind gleich? Und hier hat er gespiegelt. Warum nicht? Because fuck you, that's why. Ich bin ein Freund von Skyrim. Ich glaube, ich glaube, dass Sie das sehr gut machen werden dürfen, um unsere Interessen zu schützen. Danke, Jarl Eliseth. Ich veröffentliche deine Leutheit. Die Imperator kann leben mit diesen Terms, ja. Für eine temporäre Truce. Bis zum Beispiel die Drogenmenesse zu beheren. Nachdem, Ulfric, da wird ein Reckonung. Ich bin auf. Kommt, Garmai. Wir haben viel Arbeit zu machen. Ich bin Angst, dass es... Ich bin Angst, dass es... So und hier gibt es eigentlich einen schnelleren Weg woraus. Aber ich weiß nicht. Wir sind bereit, wie ich habe gesagt. Meine Männer wissen, was zu tun. So, make sure you do your- W-Gervants? Remember that I like my mutant rare. Hold a bean! All this standing around is rubbish. You do have a plan for luring a dragon here, yeah? Lylia ist doch toll. Sie hat mich angeschnackt. Die Wache hat übrigens Skydiving erfunden. Die Wache sind nicht nur hier, ja! Du bist und nicht nur hier... Zu dir, wenn ich nicht wahr preciso, dass die Wache nicht fern. Das war's. Die Wache sind nicht so wichtig. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss hier durch, Entschuldigung, du Dreckstab, ey. Äh, sehr gut. Tatsächlich, äh, Drauger können Drachensturz widerstehen. Das wissen die wenigsten. Aber nur Drachen werden von, äh, Drachensturz auch beeinflusst. Äh, sehr gut, läuft gut. Entschuldigung, ich muss hier durch. Äh, 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 äh. Ach, dankeschön. Entschuldigung, ich muss hier durch. Ohi, dufi, das, äh, lief sehr durchwachsen, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich ein Typ Wein nicht auf der Hotbar. In der Favoritenliste hab. Das könnte gleich ein bisschen knapp werden. Während ich hier einen absolut schrecklichen Weg gewählt hab. So. hoffen wir mal auf irgendwas Sinnvolles das gute alte rein rausspielen das ist übrigens auch der falsche Soundtrack gerade der hat sich irgendwie aufgehängt na und ich hab zu wenig Wein do it dann was das ist das ist seine Kraft ist failing und seine Macht wird gebrochen das ist alles Liegt er wieder woanders längst, oder was? Alduin? Alduin, du alter Weltenfresser, was machst du da drüben? Das ist richtig dumm. Danke für nichts. Fuck you. Fuck you. Fuck you very, very much. Ach, 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 ach. Fuck you very much. Fuck you very much. im Alduin Fight das kann ich verkraften danke Sepp und das Summer of Best ist damit noch unter 1,20 gekommen, das ist auch sehr schön so hab ich mir das vorgestellt halbwegs zwischendurch war es wirklich messy also das muss man schon sagen geht besser aber dafür hab ich ja hier noch meine fette habe mit Löhrenplakette ich habe mit Löhrenplakette mit Löhrenplakette Untertitelung des ZDF, 2020